Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cybolsoft. Google und Microsoft, eine Beziehung wie ein älteres Ehepaar, nur Klatsch und Streit und Knatsch. Google hat eine neue Microsoft-Lücke bei Windows entdeckt, genau gesagt bei Windows 8.1 und Google hat Microsoft aufgefordert, diese Lücke zu schließen und es wurde eine 90-Tage-Frist eingeräumt von Seiten Google. Microsoft hat es in den 90 Tagen nicht geschafft, die Lücke zu schließen und so hat Google die Lücke heute bzw. gestern veröffentlicht und wir werden uns das Ganze mal angucken. Also, vorneweg um was geht es? Es geht um einen Bug bei Windows 8.1, der ist unser möglichst höhere Rechte zu bekommen, dass wir als normaler Nutzer mit eingeschalterter Benutzerkontensteuerung trotzdem im Windows-Verzeichnis Dateien und Ordner anlegen können. Dazu werden zwei Registry-Einträge manipuliert. Das Ganze ist zusammengefasst in einer Patch-Datei und es ist wirklich sehr simpel. Gucken wir uns das Ganze an. Zu Beginn gehen wir erstmal hier in die Einstellungen von Windows 8.1, dann hier mal auf Konten, weitere Konten, Konto hinzufügen. Konto hinzufügen. Ohne Microsoft-Konto ein lokales Benutzerkonto. Da legen wir uns hier mal ein ganz normales neues Benutzerkonto an. Ich stelle das jetzt mal hier in Nutzer 1, Passwort 123456, Bestätigung 123456, Kennwort-Hinweis, Nutzer. Weiter, fertigstellen, haben wir hier ein ganz normales neues Benutzerkonto, locken wir uns also aus, abmelden, das nach oben schieben, mit unserem neuen Benutzerkonto anmelden. So, nach der Anmeldung müssen wir uns den Bug erstmal herunterladen, beziehungsweise die Patch-Datei. Öffnen wir also mal hier den Internet Explorer. Ich bin sonst nicht so der Freund davon, aber hier lässt es sich mal nicht vermeiden. Den Link haue ich euch in die Beschreibung. Haben wir hier unten die Patch-Datei. Die wird heruntergeladen. Speichern. Ordner öffnen. Ziehen wir uns das mal auf unseren Desktop. Gucken wir uns die Patch-Datei mal kurz an. Rechte Maus, das Lab bearbeiten, ausführen. Haben wir hier die entsprechenden Registry-Einträge. Hier wird also ein Registry-Eintrag hinzugefügt. Und ein temporäres Verzeichnis mit Namen Fake-Temp im Verzeichnis Windows angelegt. Kurzer Vorher-Nachher-Check. Gehen wir also mal auf unseren Computerlaufwerk C unter Verzeichnis Windows. Hier ist noch kein Ordner da. Unter F gibt es nur Phones und das war's. Und hier müsste dann ein Ordner erscheinen, Fake-Temp. Wenn ich jetzt hier versuche einen Ordner anzulegen, versuchen wir es mal rechte Maustaste-Ordner. Da komme ich hier bis zu einem Kennworteingabe-Feld. Und ich kann hier eingeben, was ich will. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, da passiert nichts. Also wir kommen hier nicht weiter über die normale Schiene. Und nutzen wir also jetzt mal den Bug. Nur kurz vorneweg. Die Benutzer-Konto-Steuerung ist an in den Standorteinstellungen. Ich habe hier Windows 8.1 vollkommen neu installiert. Da gibt es also nichts, was irgendwie verstellt ist. Öffnen wir als allererstes die Patch-Datei mit einem Doppelklick. Dann auf Ausführen. Das war's schon in diesem Fall. Hier kommt also nichts mehr. Jetzt müssen wir uns hier nochmal ausloggen und wieder einloggen. Loggen wir uns also hier einmal aus. Nach dem Login haben wir hier keinerlei Veränderungen. Aber wenn wir mal den Explorer öffnen, Laufwerk C, Unterverzeichnis Windows, dann haben wir hier einen neuen Ordner erstellt. Und zwar Fake Temp. Und damit ist es bewiesen. Wir können also hier problemlos Dateien und Ordner hinzufügen in Verzeichnissen, wo wir eigentlich gar keinen Zugriff haben. Wir probieren nochmal ganz kurz hier ein anderes Verzeichnis anzulegen. Ich ändere mal hier dieses Fake Temp zu Seibaldsaft. Und hier Seibaldsaft. Okay. Speichern. Ausführen. Dann nochmal abmelden. Abmelden. Hochschieben. Nutzer 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. Gehen wir nochmal auf unseren Explorer. Laufwerk C. Unterverzeichnis Windows. Und hier ist auch mein Ordner. Ordner Seibaldsaft. Also das ist überhaupt kein Problem. Wir können uns hier Ordner und Dateien anlegen, ohne dass wir eigentlich darauf Zugriff haben. Ja, schauen wir mal, wie lange die Lücke in Windows 8.1 noch existiert. Ihr könnt mir ja mal über die Kommentare mitteilen, inwieweit das auch mit Windows 7 und Windows 8, Windows Vista und sowas funktioniert. Einfach mal in die Kommentare packen. Würde mich selber mal interessieren. Vielleicht schiebe ich bei Windows 7 nochmal ein Video nach. Muss ich sehen. Das war es erstmal zu Windows 8 und der Lücke, die Google wieder aufgedeckt hat. Und schauen wir mal, wie lange sie noch in Windows 8 drin bleibt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben. Irgendwelche Anregungen könnt ihr gerne bringen über die Kommentare. Überhaupt kein Problem. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.